Hallo liebe Aufrufer Lichtgeschwindigkeit, es ist jetzt schon der 7. November, das ist zur Wahl am 6. November in Amerika. Obama ist gewählt worden mit Romney, der Kandidat der Republikaner, hat seine Niederlage eingestanden, wenngleich die Wahl noch gar nicht ganz abgeschlossen ist und zwar Obama hat mindestens 303 Wahlleute für sich gewinnen können, 270 hätte er gebraucht und Romney hat bisher erst 206, er kann die 270 nicht mehr erreichen und hier heißt es aber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern ganz richtig, wir herrschen auch morgen noch, so ist es und das ist die Weltregierung und wenn die Welt geregiert wird, ist es eigentlich auch demokratisch, wenn die Welt hätte wählen dürfen, nach Lage der Dinge sagt man, die Welt hätte Obama gewählt, in diesem Fall haben die Amerikaner anstelle der Welt gewählt, wenn es auch vielleicht gar nicht so gemeint ist, wir werden das dann noch erleben, aber ist der Wahlausgang so gesehen aus Sicht der Welt dann auch der, den die Welt gewählt hätte, als hätte sie gewählt und hoffentlich geht es gut, hier ist das neue Deutschland zum Beweis meiner Aktualität, knapper Vorsprung für Obama, heißt die Überschrift, wie immer lobe ich die Überschriften der deutschen Vollzeitung, das neue Deutschland und hier ist dann auch noch symbolisch das Tier abgebildet, das ist nämlich nicht zu der Überschrift Kuhhandel, sondern zu der Überschrift, was ein Langhorn, Longhorn ist, verzagt denn auch in der Krise nicht, selbst wenn ganz Wahlkampfhorden die Schlachtfeldweiden von Virginia plattgetrampelt haben. Also das ist ein Longhorn-Vieh, steht auf einer für den Präsidentschaftswahlkampf plattgetrampelten Schlachtfeldweide. Ja, also Obama Präsident, Romney quasi der Oppositionsführer und viel Glück, danke für den Aufruf hier in der Lichtgeschwindigkeit, das ist hier nach der langen Nacht im Deutschlandfunk, die ich jetzt nicht extra kritisieren möchte, insbesondere am Anfang fand ich das ziemliches Gelabere, sie hatten einen wahlspezifischen amerikanischen Fachsoziologen im Studio in Berlin, der hat mal einen Nachhilfekurs im Sprechen nötig, der hat vor der langen Nacht also wirklich hilfsbedürftig gesprochen und damit haben wir doch sowohl die Wahl wie diese Erkenntnis gewonnen. Also danke für den Deutschlandfunk und Dirk Müller, den Moderator und alle, die da mitgemacht haben und dann kommt irgendwann mal der gerechte Schlaf. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.